Kennt ihr das, wenn man so, man schwimmt so, dann kommt man zum Beckenrand und macht eine kurze Pause, bevor man wieder die nächste Bahn schwimmt und dann guckt man hoch. Und wenn der dann gerade mit der so eine sehr weite Boxershort, kennt ihr das, wenn er sich dann so mit seinem Fuß auf dem Startblock mal so abstützt, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Du guckst hoch und denkst, oh, oh voilà. Gott, ich kann die Glocken läuten sehen. Hui.